So, ich bin jetzt hier in Hüppertal und ich habe auch Verwandte hier. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das erzählt habe. Jedenfalls dachte ich mir, ich gehe ihn mal besuchen und jetzt nehme ich sie einfach mit. So, die haben ein sehr ungewöhnliches Haus gebaut seiner Zeit mit sehr urwüchsiger Innenarchitektur. Ah, da kommt mein Cousin, schau, das ist ein Galo, ein kleiner Galo. Der macht schon immer gern Salat, aber das schein ich gar nicht zu erkennen. Naja, das macht er nicht, auf jeden Fall. Ist er nicht der Typ, also der spielt unheimlich gut Gitarre. Jetzt schauen wir mal, ob wir nicht an der Lesel sind. Die liegt ja gewöhnlich, auf der gewöhnlich auf dem Sofa. Dort liegt die Lesel auf dem Sofa, dort. Ich glaube, ich habe mich rein. Da oben ist mein Onkel Karl. Wer steht? So, ja. Da oben ist noch einer. So, ja, da haben wir jetzt die ganze Familie beisammen. Dort bin ich, äh, das hier bin ich, da bin ich aber noch viel jünger als jetzt. Ja, das schaut, das ist vor 20 Jahren ungefähr aufgenommen. Ja, Servus, jetzt haben Sie meine Familie auswählen gelernt. Und ich bin froh, dass Sie jetzt einmal wieder gesehen haben. Und, äh, ja. Malten wir dann gleich und schauen wir, was hier noch alles gibt, gell? Ja. 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 Ja.